Mal sehen, wo Schnattchen und Moppy stecken. Ui, ein Paket. Vielleicht ja für Pitti. Ach, für Schnattchen. Na, da würde Pitti aber gerne wissen, was drin ist. Kannste glauben. Schnattchen! Schnattchen! Nicht da. Hören kann Pitti nichts. Aber da ist es kaputt. Wenn Pitti nur ein bisschen. Wenn Pitti nur ein ganz kleines bisschen. Immer noch verpackt. Ach, Pitti darf jetzt nicht weiter auspacken. Aber was ist, wenn da was Gefährliches drin ist? Das sind Knallerbsen zum Beispiel oder glitschige Schnecken. Pitti, guckt besser mal nach. Das macht Pitti alles nur für Schnatt... Och, ein Halstuch. Pitti, wo bist du? Auweia, Schnattchen! Pitti! Was soll Pitti bloß machen? Moment mal. Pitti kann ja zaubern. Komm, lieber Wind, das Paket soll zu. Hilf uns geschwind, verpackt sei es im Null. Ja, aber... Hey, halt! Mist! Jetzt warte doch! Halt! Ich kann ja gar nichts sehen. Nack, 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 nack. Hey! Oh, Schnattchen! Pitti, das ist ja ein schönes Tuch. Wo kommt das denn her? Das? Ähm, das weiß Pitti auch nicht so genau. Kannst du bestimmt behalten, Schnattchen. Was? Aber das ist doch ganz neu, nack, nack, nack. Nein, Pitti, das gehört irgendjemandem. Komm, wir müssen rausfinden, wem. Nack, 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 nack. Was ist das denn? Nack, nack, nack. Liebes Schnatterinchen, viel Spaß mit dem neuen Tuch. Herzliche Grüße aus Australien. Das, das ist für mich Pitti. Ja, Pitti hat jetzt auch noch einen ganz dringenden Termin. Du hast das Paket heimlich ausgepackt, nack, nack. Das ist gemein. Pitti wollte ja nur helfen. Er dachte, es wären vielleicht glitschige Schnecken drin oder so. Glitschige Schnecken? Das ist doch Quatsch. Du warst einfach nur neugierig. Tut Pitti ja auch leid. Naja, das Tuch ist ja trotzdem bei mir gelandet. Ja, eben. Und Pitti hat ja auch kräftig mitgeholfen. Aber, wenn für dich das nächste Paket kommt, darf ich das aufmachen, nack, nack. Ja klar, ja klar. Auf jeden Fall, Schnattchen. Pitti, hier ist ein Paket für dich angekommen. Was? Für Pitti? Ich komme schon. Was? Halt, Schnattchen, warte. Oh.